Kann ich mit Vivi reich werden? Das ist eine sehr gute Frage und diese Frage werde ich heute mit dir zusammen in diesem Video klären. Die Antwort findest du am Ende des Videos, aber nur, wenn du wirklich auch alles im Video gesehen hast. Denn so wirst du auch auf jeden Fall nur den Kontext verstehen, wie ich das Ganze dann meine. Dementsprechend schau auf jeden Fall bis zum Ende des Videos. Bevor das ganze Video jetzt aber beginnt, muss ich einen ganz wichtigen Punkt erwähnen. Das ganze Video ist natürlich keine Kaufempfehlung für dich daraus. Versuch, beschäftige dich bitte nochmal eigenständig mit dem ganzen Projekt. Das heißt entweder hier auf meinem Kanal, wo du sehr, sehr viele Videos und sehr viel Content dazu findest. Oder informiere dich eigenständig im Web. Dort findest du auch eine Menge, die du auf jeden Fall für deine Recherche nutzen kannst. Aber du solltest auf jeden Fall wissen, in was du investierst. Jetzt würde ich aber sagen, gibt es auf jeden Fall das ganze Video und let's go. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG und heute mit dem Thema Kann ich durch Vivi reich werden? Und das ist eine sehr gute Frage und da habe ich das natürlich, wie wir auch eine App ist, wo man Geld reinsteckt, ist es gar nicht so abwegig, auch natürlich das Ganze irgendwann mit Profit rauszuziehen. Das ist selbstverständlich und ich finde, das ist auch gar nicht in irgendeiner Weise schlecht. Zum Start des Videos muss man natürlich auch erstmal sagen, du sollst wissen, was ist denn überhaupt die Vivi App? Und dafür habe ich natürlich auch ein Video gemacht. Das Ganze findest du hier unter dem i. Das heißt, wenn dich das ganze Thema auf jeden Fall interessiert, dann schau dir auf jeden Fall als allererstes da oben einmal das Video an, dass du überhaupt erstmal verstehst, was ist denn überhaupt die Vivi App und was bietet mir das Ganze. Denn das baut auf jeden Fall hier auch auf diesem Video auf. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall rein in das ganze Thema. Und um erstmal an das Thema reinzustarten, bin ich denn selber überhaupt reich durch Vivi geworden? Oder bin ich bitter arm geworden durch Vivi? Ich bin nicht reich geworden, ich bin aber auch nicht arm geworden. Vivi hat mich persönlich erstmal zu einem Sammler gemacht, was das Ziel der ganzen App ist. Ob ich irgendwann reich werde durch diese App oder auch nicht, das ist mir persönlich ziemlich egal. Mir geht es um den Sammelspaß und um die Collectibles, die man dort in der App sammeln kann. Denn das ist einfach sehr, sehr umfangreich und muss ich sagen, hat mir sehr gefallen. Auch sehr schnell nach kurzer Zeit, wo ich eigentlich reingekommen bin in die App mit dem Fokus auf Geld machen. Der hat sich dann relativ schnell verloren und dementsprechend bin ich heute hier, wo ich stehe. Ich habe eine Collection von über 400 Collectibles, auch mit ziemlich guten Collectibles. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch nicht reich. Aber ich bin nicht auf diese Weise reich, was Geld angeht. Ich bin aber reich in dem Sinne, was Wissen angeht, was Erfahrung angeht. Und das sind zwei Dinge, die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Das macht dich aber zum Beispiel auch reich im sozialen Verhältnis. Was ich damit meine, sind zum Beispiel Kontakte. Ich persönlich habe mittlerweile in die ganzen USA überall Kontakte. Ich habe selbst nach Kanada, ich habe nach Asien, ich habe durch Vivi so viele Kontakte knüpfen können, die ich so niemals hätte knüpfen können. Grüße gehen auf jeden Fall daraus, auch auf jeden Fall an jeden Einzelnen aus der Vivi-Firm. Ihr seid wirklich große Klasse. Ja und jetzt haben wir gerade so ein bisschen meine Definition gehört. Was ist denn das überhaupt jetzt für mich fürs Reichwerden? Denn für mich ist auf jeden Fall Reichwerden nicht nur Geld, sondern auch Erfahrungen und auch einfach Wissen. Und das ist einfach sehr, sehr viel, was man bei Vivi dazulernt. Seien es die Lizenzen und einfach so vieles drumherum. Und das ist auf jeden Fall für mich ein großer Aspekt. Da bin ich persönlich momentan schon sehr, sehr reich. Aber natürlich nicht auf der finanziellen Seite. Aber jetzt ist natürlich die Frage zu klären, kann ich denn durch Vivi reich werden? Und das würde ich definitiv sagen, ist möglich. Es gibt an dieser Stelle natürlich nicht nur einen straight Weg, wie du auf jeden Fall mit Vivi reich werden kannst. Und bevor wir jetzt in diese Frage reingehen, würde ich auf jeden Fall dich als allererstes erstmal zum Nachdenken anregen. Denn du bist bestimmt auch aufgewachsen in deiner Kindheit mit Serien, mit Idolen, die du auf jeden Fall wahrgenommen hast. Es muss jetzt nicht zum Beispiel unbedingt Marvel oder Star Wars sein, wie es zum Beispiel bei mir war. Es kann auch irgendwas anderes sein, was wir zum Beispiel auch in der Vivi App haben, wo du sagst, hey, das finde ich richtig klasse und das würde ich vielleicht auch anfangen zu sammeln. Denn darum geht es nun mal in der App. Wir sprechen hier nicht von irgendeiner Aktienfirma, wo du Aktien kaufst und gleichzeitig wieder verkaufst. Wir sprechen hier von digitalen Collectibles, von digitalen Sammlerstücken und dementsprechend ist das natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Prinzipiell ist es aber definitiv möglich, mit Vivi auf jeden Fall reich zu werden. Ich habe schon einige Leute gesehen, die mit Vivi sehr, sehr viel Geld gemacht haben. Das Ganze funktioniert natürlich über verschiedenste Wege. Entweder du hast zum Beispiel sehr, sehr viel Glück in den Jobs und kannst dadurch sehr, sehr schnell dich hochflippen und dir dann vielleicht auch sogar das Geld auszahlen oder, was ich persönlich immer am besten finde, das Geld investieren. Und Dinge, die du auch wirklich magst und die auch langfristig zum Beispiel halten möchtest, langfristig an dieser Stelle fünf oder vier Jahre aufwärts. Wenn dir das ganze Video übrigens bis zu dieser Stelle gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten würde ich aber sagen, geht es jetzt auf jeden Fall weiter mit dem zweiten Teil des Videos. Du kannst natürlich aber auch als Investor bzw. jemand, der sehr viel Geld hat, einfach natürlich in die App kommen. Zum momentanen Zeitpunkt am 19.10., wo ich das hier gerade jetzt aufnehme, 2022, sind wir in einer tiefen Depression bzw. in einer tiefen Bärenmarktphase schon seit mehreren Monaten. Und die Preise sind so im Keller wie noch nie. Dementsprechend hast du natürlich hier als jemand, der sehr viel Geld hat, ein sehr leichtes Spiel und kannst dementsprechend natürlich auch dein Portfolio allein, wenn du allein 100.000 investierst, beim nächsten Bullrun mindestens eine Million knacken. Das heißt, hier hat man auf jeden Fall sehr viele Anlagemöglichkeiten, sein Geld auf jeden Fall in etwas zu investieren. Du kannst aber natürlich auch einfach in dem Sinne reich werden mit Vibi, indem du deine Informationen nutzt, die du zur Verfügung hast. Da ist zum Beispiel Information, dass dieses oder jenes Comic super interessant sein könnte und du bist der, der auf jeden Fall den ganzen Floor aufkauft. Und im Zuge einer Ankündigung oder eines bestimmten Hypes wird dann dieses Comic so dermaßen hoch gehypt, dass du dein Profit von mehreren tausend Prozent machen kannst. Dann kannst du dich natürlich über lange Frist auch mit solchen sehr wichtigen Informationen, auch natürlich nach oben flippen. Ich spreche jetzt aber nicht von Insider-Informationen, sondern wirklich von Informationen, die eigentlich jedem zur Verfügung stehen und die dann halt einfach niemand genutzt hat bzw. niemand gesehen hat und niemand auf dem Schirm hatte. Ein sehr gutes Beispiel ist hier zum Beispiel das Marvel Comic Hashtag 1, was am Anfang seines Jobs bei teilweise drei bis vier Gems war. Und wir waren bei einem Alltime, ich lasse mich jetzt nicht lügen, ich glaube bei in etwa 700 Gems. Also wirklich wahnsinnige Profitsteigerungen hier. Und das sind auf jeden Fall Dinge, wo manche Leute auch zugeschlagen haben, die die Informationen hatten. Aber für solche Dinge musst du dir natürlich erstmal dieses Wissen überhaupt aneignen und darüber verfügen. Und zweitens musst du natürlich das ganze Wissen auch anwenden und an bestimmte Risiken eingehen. Das ist natürlich immer mit einem Risiko verbunden. Das ist natürlich an dieser Stelle ganz klar und ich denke, das sollte auch jedem an dieser Stelle bewusst sein. Jetzt ist natürlich die Frage, flippen oder halten. Denn das ist meiner Meinung nach auch ein Part, der auf jeden Fall dazu beiträgt, ob man mit wie viel reich wird oder auch nicht. Es sind schon einige Leute im letzten Bullrun definitiv sehr, sehr gut wohlhabend geworden. Durch wie, weil sie einfach dann gut verkauft haben am Top. Aber nichtsdestotrotz ist das Flippen auf jeden Fall an dieser Stelle wahrscheinlich für das Kurzfristige sehr viel lukrativer. Für das Langfristige jedoch wahrscheinlich sehr viel schlechter. Dagegen ist das Hordeln an dieser Stelle natürlich für das Langfristige sehr viel besser. Für das Short-Term an dieser Stelle natürlich sehr viel schlechter. Das hängt dann einfach immer davon ab, was man dann wählt. Es ist natürlich aber auch schwierig. Es gibt ja auch bei den Flippern wieder zwei Arten. Leute, die halt wirklich einfach nur rein aufs Geld machen aus sind. Und Leute, die natürlich auch mal so wie ich ein Collectible flippen, um mir dann was anderes zu holen, was ich persönlich besser finde und was mir einfach besser gefällt. Das sind zwei unterschiedliche Arten. Ich persönlich bevorzuge eher das ab und zu mal flippen, um mir dann halt was zu holen, was ich dann wirklich lange halte. Und ich persönlich fühle mich damit auch deutlich sicherer. Denn ich glaube auf jeden Fall an diese Firma und auch an dieses ganze Projekt. Und dementsprechend sollte man sich natürlich hier auch genauestens informieren. Das heißt, ich kann dir auf jeden Fall an dieser Stelle wirklich nur meinen Kanal ans Herz legen. Du bekommst hier täglich News. Du bekommst außerdem viele interessante Videos rund um das Thema Vibi und auch Ecomi. Das heißt, wenn du auf jeden Fall noch nicht meinen Kanal abonniert hast und du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonnier auf jeden Fall sehr genau meinen Kanal. Denn so bleibst du, wie gesagt, immer auf dem Laufenden. So, jetzt geht es aber auf jeden Fall weiter. Und wir klären die abschließende Frage. Kann man mit Vibi reich werden? Und es ist definitiv eine Antwort, die ich mit Ja beantworten kann. Ob es jetzt kurzfristig oder auch langfristig ist. Man wird auf jeden Fall mit Vibi sehr viel Geld machen können. Und klar, ich bin mir bewusst, das ist natürlich nicht das Ziel eigentlich der App. Das eigentliche Ziel der App ist zu sammeln. Aber es heißt ja nicht, dass ich unreich bin, wenn ich jetzt alle meine Collectibles verkaufe. Ich kann auch reich sein mit den Collectibles, die ich halte. Denn ein Collectible hat natürlich auch immer einen Wert. Und habe ich ein Collectible mit einer Million Wert, dann bin ich trotzdem in einer gewissen Weise reich. Ich habe das Ganze natürlich nicht flüssig auf meinem Bankkonto. Aber meiner Meinung nach ist irgendwann sowas Digitales sehr viel mehr wert. Und du bist damit sehr viel reicher als mit vielen anderen Dingen, die man sich zum Beispiel kaufen kann. Oder auch die man in irgendeiner Weise besitzen kann. Denn wenn man das Ganze mal weiter spinnt, das digitale Leben wird immer mehr Einfluss auf uns nehmen. Und die digitale Welt wird auch immer mehr in unsere Welt rücken. Und so wird uns natürlich auch unser digitales Collectible irgendwann, wenn es einmal einen sehr, sehr stolzen Preis erreichen sollte, sehr, sehr reich machen. Natürlich nicht im normalen, realen Leben vielleicht, aber in der digitalen Welt. Und jeder redet immer von Digitalisierung und dass alles immer digitaler wird. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass wir auch in diese Richtung gehen werden. Und das heißt, das Leben wird sich irgendwann primär tatsächlich digital abspielen, dass man dann natürlich auch in der digitalen Welt reich ist. Vielleicht nicht in der physischen, aber in der digitalen. Und meiner Meinung nach wird das auf jeden Fall in der Zukunft deutlich mehr Relevanz haben, als dass man in der realen Welt wirklich reich ist. So und ich hoffe an dieser Stelle, dass dir da draußen das ganze Video gefeiert hat. Ich finde, das Thema ist ein sehr schwieriges Thema, da man natürlich hier eigentlich eine Sammler-App hat. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja schon gesagt, ich persönlich habe auch einige Collectibles. Und das heißt ja nicht, dass ich die verkaufen muss, um reich zu sein. Ich kann das Ganze auch halten und das ist auf jeden Fall persönlich mein Ziel. Und ansonsten wünsche ich dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Mach es gut. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao. Bis dahin, dein Käpt'n.